Herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute etwas ganz Besonderes, einen ganz persönlichen Realitätsabgleich, einen Realitätsabgleich zwischen dir, also deinem Verstandes selbst, deinem Ego und deinem höheren Selbst, deinem Wesenskern. Ja, und hier möchte ich die sokratische Methode zur Anwendung bringen. Die sokratische Methode ist eine Methode, die von Sokrates stammt, der ja Nachweisliches zustande gebracht hat, nur über Fragen, die er gestellt hat, ganz einfachen Leuten, die zum Beispiel auch überhaupt keine Schulbildung hatten, um es als Extremes mal darzustellen, war es doch möglich, die sogenannten Ziegenhirten, die überhaupt keine Schulbildung hatten, tatsächlich nur über diese Fragen, die er eben gestellt hat, auch die kompliziertesten, komplexesten, anspruchsvollsten Themen aus der Naturwissenschaft, eben die Sätze von Pythagoras hier zu leiten. Wir wollen es heute nicht intellektuell machen, wir wollen es vor allen Dingen überhaupt nicht auf der Verstandesebene machen, sondern wir wollen eben eine Ebene tiefer einsteigen, aber die Methode schon nutzen, denn tatsächlich ist in einer jeden Frage latent zumindest die Antwort schon enthalten und die Antwort ist in euch. Und keine Antwort von außen kann so intim, so direkt, so wahr sein, so wertvoll sein und so ehrlich sein, wie die Antwort von eurem höheren Selbst, aus eurem Quellbewusstsein. So, und da würde ich euch bitten, jetzt gleich die Augen zu schließen. Beginnt bitte jetzt schon mal, die Augen zu schließen und fühlt in euch hinein, denn es ist tatsächlich so, dass wenn wir die Augen schließen, wir wesentlich mehr Sinnesaufmerksamkeit auf unser Inneres haben und uns weniger ablenken lassen. Und ich beginne jetzt bereits mit den ersten Fragen. Dafür möchte ich, dass wir dreimal tief durchatmen, ein- und ausatmen. Weißt du eigentlich, wonach du wirklich suchst? Wonach suchst du wirklich? Wonach suchst du wirklich? Wie viele Bücher möchtest du noch lesen? Wie viele Seminare möchtest du noch besuchen? Wonach suchst du wirklich? Könnte es nicht sein, dass du bereits das gesuchte Wissen in dir trägst? Könnte es nicht sein, dass du bereits das gesuchte Wissen in dir trägst? Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Wer bist du? Bist du nur durch einen Zufall inkarniert? Bist du nur durch einen Zufall inkarniert? Könnte es nicht sein, dass du bereits vor dieser und jeder anderen Inkarnation existiert hast? Könnte es nicht sein, dass du bereits vor dieser und jeder anderen Inkarnation existiert hast? Kannst du dich als eine Art Wiesenskern, als eine Essenz wahrnehmen? Kannst du dich als eine Art Wiesenskern, als eine Art Essenz wahrnehmen? Eine Plasmakugel, als eine Plasmakugel, golden? Spürte nein, spürte nein, spürte nein, fühlte nein. Erkennst du nun dein unbegrenztes Potenzial? Erkennst du nun dein unbegrenztes Potenzial? Beruhige so oft wie möglich dein Verstand, indem du ihn dankend für seine Ratschläge in die zweite Reihe stellst. Beruhige so oft wie möglich dein Verstand, indem du ihn dankend für seine Ratschläge in die zweite Reihe stellst. Denn jetzt hast du dich gefunden. Was fühlst du dabei? Erkennst du dich als Schöpfer, der mit unbegrenzten Möglichkeiten ausgestattet ist? Fühl hinein. Erkennst du dich als Schöpfer, der mit unbegrenzten Möglichkeiten ausgestattet ist? Was wirst du nun als erstes manifestieren, erschaffen, wenn du gleich deine Augen öffnest? Was wirst du nun als erstes manifestieren, erschaffen, wenn du gleich deine Augen öffnest? Erkenne, dass alles, was du aus dem Zustand der Freude, der Liebe in Aktion, manifestierst, in Gottesdienst ist. Für dich, für alles, was ist. Denn es gibt keine Trennung zwischen innen und außen, oben und unten. Öffne nun bitte deine Augen und lass bitte die nun folgenden Zeilen tief auf dich einwirken. Und dann bitte deine Augen und lass mich auf dich einwirken. Liebe Freunde, wie fühlt ihr euch jetzt? Könnt ihr einen kleinen Abgleich vornehmen, auf der Wahrnehmungsebene, vorher, hinterher? Was ist bei euch passiert? Ich kann euch versichern, wenn ihr mit einer Ernsthaftigkeit, je ernsthafter diese Haltung von euch ist, umso stärker, wird auch die Nachhaltigkeit sich ausgeprägt haben. Es wird etwas angetriggert haben, was in den nächsten Tagen weiter wirkt. Wiederholt diese Fragen so oft wie möglich. Erkennt, wer ihr wirklich seid. Und ich kann euch versichern, dass die sogenannte orchestrierte Ordnung, wie ich sie immer nenne, die Dinge, die quasi von außen, quasi aus dem Kosmos, auch von der Erde auf uns einwirken, all diese Prozesse unterstützen, diese Seelenerfahrung, die wir machen, die Seelenevolution, die wir gerade durchmachen, zum Erwachen für den nächsten Evolutionsschritt. Und in den folgenden Sendungen, die ich in den nächsten Tagen präsentieren werde, wird es unter anderem darum geben, dass es tatsächlich stichhaltige Beweise dafür gibt, dass das, was wir die Schumann-Frequenzen nennen, was die Schumann-Frequenzen auch auslöst, die Gewitter, die Blitze, zum großen Teil jedenfalls, faktisch tatsächlich die Momente sind, wo wir für ein, zwei Sekunden ganz kurz in der höheren Dichte sind, in der höheren Dimension sind. Und was das genau bedeutet, darauf freue ich mich, das brauchen wir gemeinsam erschließen. Schön, dass es euch gibt, liebe Freunde. Schön, dass es uns gibt. Danke.